Immer wieder uns sehr begeisterte hat uns dieses Pferd, dieser Cluny Lord Z Liberty Sun. Und da sind wir jetzt gespannt auf die Runde von Marco Kutscher. Vielen Dank. Es sind die optischen Schwierigkeiten, es sind die technischen Schwierigkeiten, die jetzt auf die beiden zukommen. Mit den sechs heran, zwischendurch einmal ran, dann dranbleiben und meines Erachtens nach Liberty Sun. Diese Situation am besten gelöst mit Marco Kutscher von denjenigen, die ich da bisher gesehen habe. Immer noch mit frisch agierend, immer noch auch richtig Luft zwischen sich und die Sprünge bringend. Und das soll auch zum Ende sich nicht ändern. Aber, aber die Zeit, die Zeit, sie reicht nicht aus. Ein Zeitstrafpunkt ist es geworden für Marco Kutscher. Oh, ist das ärgerlich, gerade dann, wenn man das eben so großartig macht, wie die beiden hier. Ja. Im heiß von Nordrhein-Westfalen sehen wir den Oldenburger Hengst. So, Liberty Sun mit dem ganz charakteristischen Auge. Mit diesem hellen Auge. So, wir warten auf den nächsten, Margie, dürfte das jetzt sein, genau, Margie Engel.